Den Überblick über alle Gesetze und Verordnungen zu behalten, kann manchmal sehr schwer sein. Eigentlich möchtest du nur Spaß und schöne Aufnahmen haben. Glücklicherweise gibt es viele Unterstützung für uns Piloten. Und Drohnen-Apps gehören definitiv zur Standardausrüstung eines Drohnen-Pilots. In diesem Video möchte ich euch einen Überblick über die gängigsten Apps geben. Wir werden uns die einzelnen Funktionen anschauen, prüfen drei Szenarien in den jeweiligen Apps, schauen, ob alles korrekt angezeigt wird und zum Schluss stelle ich euch meinen Vergleichssieger vor. Nur als kleiner Hinweis, ich wurde von keinem dieser App-Betreiber bezahlt oder gesponsert. In diesem Vergleich werdet ihr meine ganz persönliche Meinung hören und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu den Apps und euren Vergleichssieger in die Kommentare schreibt. Folgende Drohnen-Apps möchte ich euch in diesem Video vorstellen und vergleichen. Da wäre einmal die Map-to-Fly-App, die Copter-Profi, Dronik, AirMap for Drones und Dronecast-App. Zum einen werde ich euch die Features zeigen, Pro und Contra auflisten und drei Szenarien prüfen auf Basis einer Mini-3 Pro von DJI und schauen, ob alle wichtigen Infos korrekt und vollständig aufgeführt werden. Die erste App, die ich euch vorstellen möchte, ist die Map-to-Fly-App. Diese App wird von der Firma Flynex GmbH aus Deutschland betrieben. Schauen wir uns mal die App genauer an. Sobald wir diese starten, gelangen wir direkt in die Kartenansicht. Die Funktionen sind bei der Map-to-Fly-App eigentlich sehr übersichtlich. Wir haben hier rechts unten einmal fünf Buttons. Der oberste ist die Standortsuche. Hier können wir uns entsprechend einen Standort suchen. Der zweite Knopf ist die Einstellung. Hier können wir die Sprache ändern von Deutsch auf Englisch und auch bestimmte Zonen entweder alle auf einmal abschalten oder entsprechend einzeln. Der dritte Button ist hier dieser Layer-Button. Wenn wir hier einmal draufdrücken, dann wechseln wir in die Satellitenansicht und wenn wir nochmal drücken, in die Standard-Kartenansicht. Mit dem Fünnen-Button kommen wir auf unseren aktuellen Standort und unter I finden wir ein paar Informationen, wie zum Beispiel das Impresso. Starten wir mit Szenario Nummer 1 und hier wollen wir schauen, ob Freibäder korrekt erkannt werden bzw. Badestrände. Dafür habe ich schon eine Adresse rausgesucht und zwar die Berghausenstraße in Much. Hier können wir hier draufklicken. Dann können wir auch mit beiden Fingern etwas rauszoomen. Und sehen hier schon auf der linken Seite das Symbol eines Freibads bzw. eine schwimmende Person. Das heißt, diese Zone wird korrekt erkannt. Wenn wir jetzt mit dem Finger lange auf diese Stelle draufbleiben, dann öffnen sich Informationen. Und hier sehen wir schon ein paar Beschränkungen. Unter anderem auch Schwimmbad, Waldfreibad, Much. Das heißt, dieses Szenario hat schon mal funktioniert. Ein Freibad bzw. Badestrände werden korrekt erkannt. Im Szenario 2 prüfen wir eine Flugkontrollzone. Dafür nehmen wir den Flughafen Köln-Bonn als Beispiel und suchen nach der Stadt Reusdorf. Da haben wir entsprechend die Stadt. Und Flugkontrollzonen sind durchaus ein kontroverses Thema und es gibt viele Mythen da draußen darüber. Nur noch mal als kleiner Hinweis. Ich bin weder Jurist noch gebe ich eine Rechtsberatung hier zum Thema Drohnenflugerlaubnis. Allerdings ist es heutzutage relativ einfach, an die entsprechenden Infos ranzukommen. Schauen wir, was uns die App zum Thema Flugkontrolle sagt. Wenn wir etwas rauszoomen, dann sehen wir zum einen hier ganz klar den Flughafen Köln-Bonn. Hier sieht man es relativ gut. Das in der Mitte ist der Flughafen und einmal drumherum als blau markiert die Flugkontrollzone. Wenn wir jetzt hier relativ an den Rand gehen, sagen wir mal hier und klicken einmal Länge hier drauf, dann finden wir folgenden Hinweis. Auflagen-Kontrollzone. Das heißt, hier dürfen Sie fliegen, wenn Sie eine Flugverkehrskontrollfreigabe bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle eingeholt haben. Naja, was bedeutet das? Wenn wir auf die Internetseite der Deutschen Flugsicherung gehen, unter den Bereich Anträge und Genehmigungen unter Flugplätze und Kontrollzonen, dann sehen wir hier, dass wir im Nahbereich von Flughäfen, weniger als 1,5 Kilometer vom Flughafenzaun entfernt, sind Drohnenflüge grundsätzlich nicht erlaubt. Gleiches gilt für Flüge, die in einer Höhe von mehr als 50 Meter innerhalb einer Kontrollzone stattfinden. Das ist hier schon mal der erste wichtige Hinweis. Wenn wir aber unter mehr Informationen gehen, dann haben wir hier die Allgemeinverfügung für die Flugverkehrskontrollfreigaben. Und hier sehen wir, dass die Deutsche Flugsicherung auch die Dienste im Flughafen Köln-Bonn unter anderem erbringt. Und wenn wir entsprechend hier etwas weiter runter gehen, dann sehen wir, dass die Flugverkehrskontrollfreigabe ist oder wird generell erteilt, wenn entsprechend eine Flughöhe von 50 Meter über Grund nicht überschritten wird. Wenn wir wieder in die App wechseln, dann sehen wir auch schon die erste Einschränkung in dieser Map-to-Fly-App. Und zwar sehen wir zwar die Kontrollzone, aber wir haben keine Möglichkeit, weder eine Drohne auszuwählen, noch können wir einen Radius oder auch eine Flughöhe einstellen. Das heißt für uns Drohnenpiloten, grundsätzlich wird die Flugkontrollzone korrekt erkannt. Wir müssen aber als Piloten trotzdem uns mehr informieren, da diese App uns leider nicht diese Einzelheit mit der Flugkontrollzone in Köln-Bonn, dass wir unter 50 Meter in diesem Bereich fliegen dürfen, das zeigt ja leider nicht an. Somit müssen wir diese Informationen selbst einholen oder uns vorher informieren. Im dritten Szenario schauen wir, ob die 1 zu 1 Regel korrekt angewendet wird. Die 1 zu 1 Regel besagt, dass die Höhe der Drohne über Grund stets maximal so groß ist, wie der seitliche Abstand zu Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen und der seitliche Abstand nicht 10 Meter unterschreitet. Und als Beispiel nehmen wir die Stadt Monheim am Rhein. Da der Rhein eine Bundeswasserstraße ist, können wir hier die 1 zu 1 Regel anwenden. Was wir hier direkt merken, ist die blaue Zone. Und wenn wir uns hier die Informationen anschauen, sehen wir unter Auflagen die Bundeswasserstraße. Und genau die 1 zu 1 Regel können wir hier auch im Text wiederfinden. Das ist schon mal sehr gut. Aber auch hier können wir leider keine geplante Flughöhe einstellen. Somit zeigt er uns den Hinweis zwar an, aber sagt uns nicht direkt, ob wir auf Basis einer von uns eingestellten Höhe fliegen dürfen oder nicht. Als Fazit zur Map2Fly App können wir sagen, dass die geprüften Zonen alle korrekt erkannt wurden. Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Allerdings ist der Funktionsumfang etwas gering. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Drohne, den Radius und die Flughöhe einzustellen. Die zweite App, die getestet wird, ist die CopterProfi App. Diese ist kostenlos auf Android und iOS verfügbar. Allerdings hat man nur als Versicherungskunde der CopterProfi GmbH mit einem aktiven Versicherungsvertrag den vollen Funktionsumfang der App. Eine Freischaltung der Prämienfunktion ist auch durch einen einmaligen In-App-Kauf möglich oder man schließt einen Abo-Vertrag ab. Die Kosten dazu finden wir in der App unter dem Punkt Freischaltung. Und es gibt eine einwöchige Testphase, die in der Zeit auch kostenfrei gekündigt werden kann. Wer dauerhaft allerdings die App ohne aktive Versicherung benutzen möchte, zahlt dafür einmalig ca. 60 Euro oder als Abo-Modell pro Monat 2,49 Euro oder im 12-Monats-Abo ca. 20 Euro. Sobald wir die App starten, kommt der Hinweis, wir befinden uns in einem Demo-Modus. Wenn wir diesen schließen, haben wir ein Dashboard mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick. Und das gefällt mir schon mal sehr gut, weil wir auf einen Blick sehen können, ob irgendetwas uns daran hindern könnte zu fliegen. Wenn wir hier zum Beispiel auf Luftraum drücken, kommt ein Hinweis, dass mein aktueller Standort in einer No-Flight-Zone ist. Wenn wir hier auf die Navigation gehen, dann sehen wir auch, welche Funktion nur in der Premium-Version verfügbar ist. Dazu zählen die Dokumente, die hinterlegt werden können, ein Flugbuch und vieles weiteres. Die Luftraumkarte können wir aber benutzen. Prüften wir gleich mal Szenario Nummer 1, die Zone Badestrand. Dazu suchen wir hier unsere Adresse wieder, die Berghausenstraße in Much. Und wenn wir hier etwas reinzoomen, dann suchen wir uns hier den Waldfreibad Much. Und in der Tat, auch hier wird das Freibad erkannt. Es kommt hier auch gleich der Hinweis, dass wir hier in einer No-Flight-Zone sind. Wenn wir hier oben auf den Text reinklicken, dann steht hier auch Badestelle Waldfreibad Much. Also ein Überflug innerhalb der Betriebs- oder Badezeiten ist nicht gestattet. Eine Sache, die mir gleich auffällt, ist, dass die App sehr schnell und flüssig ist. Auch haben wir hier ein Fadenkreuz und wenn wir entsprechend hier uns bewegen, dann wird der Fadenkreuz bzw. der Text oben, der wird auch sofort aktualisiert. Also wir müssen nirgendwo reinklicken, um irgendwelche Details zu sehen. Das ist wirklich sehr praktisch und erleichtert somit die Bedienung sehr. Szenario Nummer 2 ist die Flugkontrollzone Köln-Bonn. Dazu suchen wir uns die Stadt Reusdorf. Und hier sehen wir auch gleich, wir sind in einer No-Flight-Zone. Zoomen wir ein bisschen raus. Hier sehen wir schön den Flughafen. Und der größere Bereich ist die Flugkontrollzone. Auch hier suchen wir uns den Standort, den wir ausgesucht haben. Und hier sehen wir, wir haben einen Hinweis. Klicken wir drauf und Kontrollzone Köln-Bonn. Das heißt, hier gilt Flugverbot, wenn keine Flugverkehrskontrollfreigabe eingeholt wurde. Wie wir gesehen haben, dürfen wir hier bis zu 50 Meter Höhe fliegen. Leider haben wir hier dazu keinen Hinweis und müssen uns diese Informationen irgendwo anders holen. Auch hier haben wir keine Möglichkeit, die Flughöhe anzugeben oder einen Radius. Zumindest nicht in dieser Free-Version, in dieser Demo-Version. Schauen wir uns noch das Szenario 3 an. Das wären die 1 zu 1 Regeln. Dafür suchen wir wieder Monheim zum Rhein. Und gehen hier zum Rhein. Zum einen sehen wir hier auch, dass es blau markiert ist. Auch hier haben wir einen Hinweis. Binnenwasserstraße. Und hier wird auch die 1 zu 1 Regel angezeigt. Eine Sache, die ich hier noch gemerkt habe, in dieser App, ist, dass hier noch eine No-Flight-Zone gibt. Das heißt, hier gibt es ein Naturschutzgebiet. Auch hier haben wir noch das Naturschutzgebiet. Aber wenn wir ein bisschen rausgehen, hier können wir entsprechend fliegen. Das heißt, auch hier sehen wir wieder schön, wie wir eigentlich relativ schnell merken, wo wir fliegen dürfen oder nicht. Das ist wirklich ein sehr großer Pluspunkt. Allerdings, da wir hier auch, wie gesagt, nicht die Höhe einstellen können, können wir die 1 zu 1 Regel nicht einstellen und prüfen lassen, ob wir fliegen dürfen oder nicht. Als Fazit zur copterprofi.de-App können wir sagen, dass die geprüften Zonen korrekt erkannt wurden. Die App kann kostenlos für Android und iOS heruntergeladen werden. Premium-Funktionen sind allerdings kostenpflichtig. Die Bedienung ist sehr schnell und angenehm. Vor allem das Dashboard und die direkte Anzeige, ob geflogen werden darf oder nicht, ist ein großer Pluspunkt. Leider haben wir aber in der Demo-Version keine Möglichkeit, die Drohne, den Radius und die Flughöhe einzustellen. Die dritte App im Vergleich ist die von Tronik. Tronik ist seit 2019 ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Flugsicherung und der Deutschen Telekom. Die App hat sehr viele Funktionen und ein Blick auf die Homepage für weitere Infos lohnt sich definitiv. Die App kann mit einem eigenen Account benutzt werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine Registrierung hat aber unter anderem den Vorteil, dass man seine Drohnen registrieren und hinterlegen kann. Starten wir erstmal ohne Registrierung. Zuallererst meldet uns die App, dass ohne Auswahl einer Drohne eine Überprüfung des Flugs nicht möglich ist. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Apps im Vergleich können wir hier unsere ganz persönliche Einstellung vornehmen. Dazu klicken wir auf Konfiguration auswählen und da ich eine DJI Mini 3 Pro hier vergleichen möchte bzw. überprüfen möchte, kann ich diese hinterlegen. Außerdem können wir einen Radius und die Höhe für unseren geplanten Flug einstellen. Die Flugzeit, die eingestellt werden kann, ist für den Logbucheintrag notwendig. Es ist allerdings nicht notwendig, den jeweiligen Flug immer zu protokollieren. Wer allerdings dies machen möchte, benötigt auch hier einen kostenlosen Account. Ich werde mich mal kurz anmelden. Wir haben nun zwei weitere Buttons. Operation Planen und jetzt Fliegen. Für die Planung wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt, richtet sich aber eher an professionelle Anwender, die ein Verkehrsmanagementsystem haben wollen. Für Hobbypiloten ist dies nicht wirklich relevant und können es daher ignorieren. Unter dem Pilotenzeichen unten in der Statusleiste wechseln wir in unserem Profil. Und hier sehen wir unsere Flüge und auch die Konfiguration, das heißt unsere hinterlegte Brune. Unter Flüge sehen wir hier unseren durchgeführten Flug und haben hier ein paar detaillierte Informationen für die Startzeit und für die Endzeit. Gehen wir weiter zu den Szenarien. Und als erstes wollen wir den Badestrand prüfen. Dazu geben wir wieder unsere Adresse ein. Berghausenstraße in Mooch. Und sehen hier auch wieder, dass diese Zone korrekt erkannt wird. Wenn wir hier einmal draufklicken, dann sehen wir hier, dass es nicht genehmigt ist. Und dann sehen wir hier ein Ergebnis, dass der Betrieb hier verboten ist innerhalb der Öffnungszeiten inklusive Gesetzesparagrafen. Szenario Nummer 2 wäre die Flugkontrollzone. Und dafür geben wir hier Preußdorf ein. Und gehen wieder hier zu unserem Bereich. Zuallererst sehen wir auch hier, dass der Flughafen Köln-Bonn korrekt angezeigt wird. Auch hier mit der Flugkontrollzone. Wenn wir jetzt hier wieder in unseren Bereich rein wechseln, dann sehen wir auch hier, dass es nicht genehmigt ist zu fliegen. Unter negatives Ergebnis sehen wir hier nochmal, dass hier diese Kontrollzone, dass der Flug verboten ist. Auch in Köln-Bonn. Allerdings haben wir hier den Hinweis, dass ausgenommen davon sind Flüge unter 50 Meter. Das heißt, hier bekommen wir sofort die Information, dass wenn wir unter 50 Meter fliegen, es erlaubt ist. Allerdings sehen wir hier auch, dass wir in einer Höhe von 30 Meter schon hier definiert haben. Das heißt, theoretisch dürften wir fliegen. Leider zeigt uns diese App aber hier nicht diese Abhängigkeit an. Obwohl wir 30 Meter eingestellt haben, zeigt uns die App an, dass wir nicht fliegen dürfen. Hier würde ich mir wünschen, dass die App diese Verknüpfung versteht und auch weiß, dass alles, was über 50 Meter ist, entsprechend nicht genehmigt ist. Und alles unter 50 Meter, die App uns anzeigt, dass wir fliegen dürfen. Das ist aber leider nicht der Fall. Szenario Nummer 3 ist die 1 zu 1 Regel. Dafür suchen wir Monheim am Rhein. Und sehen hier schon einmal, dass es blau markiert ist und auch, dass es nicht genehmigt ist mit einem negativen Ergebnis. Und hier haben wir wieder den Hinweis auf die Bundeswasserstraße. Allerdings sehen wir hier auch detailliert die 1 zu 1 Regel. Somit können wir hier auch auf einen Blick erkennen über diesen Gesetzesparagraf, dass wir mit der 1 zu 1 Regel fliegen können. Das Fazit zur Thronik App fällt sehr positiv aus und die App gefällt mir sehr gut. Die App kann kostenlos für Android und iOS heruntergeladen werden. Alle Zonen wurden korrekt erkannt und hierzu bekommen wir auch detaillierte Informationen, wie die Flughöhe bei Kontrollzonen und auch die 1 zu 1 Regel. Der Funktionsumfang ist sehr groß. Allerdings gibt es auch ein paar negative Punkte. Die Geschwindigkeit der App ist für mein Empfinden etwas zu langsam. Es kann durchaus etwas dauern, bis uns eine Zone angezeigt wird. Außerdem stürzt die App relativ häufig ab oder verliert ihre Standardeinstellung und muss danach wieder neu eingeloggt werden. Zusammengefasst ist die App aber ein toller Begleiter und sehr empfehlenswert. Die vierte App im Vergleich ist die AirMap for Drones. AirMap ist der weltweit führende Anbieter für Luftraummanagement-Software, speziell für Drohnen. Und richtet sich hauptsächlich für professionelle Anwender und ist vor allem in USA weit verbreitet. Durch die weltweite Präsenz gibt es Flugverbotszonen für sehr viele Länder und ist somit besonders für Drohnenflüge im Ausland hilfreich. Schauen wir aber, wie die App in Deutschland abschneidet. Um die App benutzen zu können, ist ein kostenloser Account notwendig. Nachdem man sich registriert hat, gelangen wir zur Luftraumkarte und mir fällt gleich auf, dass die Sprache auf Englisch ist. Dies kann leider auch nicht auf Deutsch geändert werden. Unter den Einstellungen ist es zwar möglich, das Messsystem auf metrisch einzustellen, aber keine Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Interessanterweise werden aber trotzdem einige Punkte auf Deutsch angezeigt, wie zum Beispiel gespeicherte Antworten löschen. Auch bei AirMap können wir unsere Drohne hinterlegen und ein Logbuch ist ebenfalls vorhanden. Prüfen wir hier auch im Szenario 1 die Zone Badestrände in Mooch. Dazu wählen wir die Adresse aus und gehen hier zu dem Bereich des Freibads. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir, dass wir keine Zone haben, die den Freibad auswählt. Wir können hier jetzt den Radius einstellen. Wenn wir jetzt den Radius auf zum Beispiel 50 Meter einstellen, dann sehen wir hier, dass es grün markiert wird. Auch hier weiter unten unter Empfehlung sehen wir keinen Hinweis. Somit können wir hier mit der AirMap diese Zone Waldfreibad bzw. Badestrände nicht erkennen. Somit haben wir schon mal die erste Einschränkung, dass wir jetzt merken, dass nicht alle Zonen hier in Deutschland korrekt angezeigt werden, was definitiv zu einem Problem hier führen kann. Wie sieht es mit Szenario 2 Flugkontrollzone aus? Wir sehen, dass der Flughafen Köln-Bonn, der wird schon mal angezeigt. Wir sehen auch hier eine große blaue Fläche, vermutlich die Flugkontrollzone. Wenn wir jetzt hier ein bisschen reinzoomen und wieder in unseren Waldbereich reingehen und den Radius verringern, dann sehen wir, dass wir hier eine Empfehlung sehen. Und zwar die Empfehlung kontrollierter Luftraum. Das heißt, er zeigt uns schon mal was an, aber leider können wir hier zwar draufklicken, aber es passiert nichts. Das heißt, wir haben keine detaillierten Infos. Der Luftraum wird zwar angezeigt, auch gelb und nicht rot, aber weitere Infos müssen wir selber einholen. Und wir haben nicht auf den ersten Blick weitere detaillierte Infos. Prüfen wir noch Szenario Nummer 3, die 1 zu 1 Regeln und suchen hier uns Monheim am Rhein entsprechend den Rhein aus. Lange draufklicken, Radius verringern und hier bekommen wir sogar eine grüne Zone. Das heißt, theoretisch keine Einschränkung. Aber auch hier wissen wir, das ist eine Bundeswasserstraße. Das heißt, theoretisch dürfen wir hier gar nicht fliegen. Das heißt, wir müssen uns an der 1 zu 1 Regel halten. Aber auch das wird uns leider in der AirMap for Drones App nicht angezeigt. Dass die AirMap es durchaus besser kann, sehen wir in den USA. Hier haben wir auf den ersten Blick eine Zone inklusive Höhenbeschränkung und auch die Details auf Deutsch. Ich würde mich freuen, wenn AirMap diese Funktion auch für Deutschland herausbringen würde. Wie lautet das Fazit zur AirMap for Drones? Wir haben einen ordentlichen Funktionsumfang. Dieser richtet sich aber besonders an professionelle Anwender. Durch die weltweite Abdeckung ist die App vor allem für Drohnenflüge im Ausland interessant. Für Deutschland ist die App aber nicht empfehlenswert, da wir bessere Alternativen haben. Einige Zonen werden nicht korrekt erkannt und die Gefahr, eine Strafe zu bekommen, wäre somit relativ hoch. Die fünfte App im Vergleich ist die DroneCast App. Diese ist kostenlos für Android und iOS verfügbar und bietet viele gute Funktionen an. Um aber das volle Potenzial rauszuholen, muss ein Abo-Vertrag pro Monat oder Jahr abgeschlossen werden. Schauen wir aber, ob auch die kostenlose Version empfehlenswert ist. Diese kann auch ohne Account direkt genutzt werden, was mir schon mal sehr gut gefällt. Die Sprache ist allerdings auf Englisch und kann nicht auf Deutsch eingestellt werden. In der kostenlosen Version ist es möglich, die Wettervorhersage für 24 Stunden anzuzeigen und gibt uns direkt auch auf den ersten Blick den Hinweis, ob die Flugkonditionen gut sind. Leider haben wir in den Einstellungen keine Möglichkeit, eine Drohne zu hinterlegen. In der Kartenansicht haben wir ein paar Einstellungen bzw. Hinweise. Wenn wir zum Beispiel hier auf das Fragezeichen klicken, sehen wir, dass das Kartenmaterial von AirMap bereitgestellt werden. Das gibt uns schon mal den Hinweis, dass, wie wir bei der AirMap schon gesehen haben, wohl nicht alle Zonen korrekt angezeigt bekommen werden. Schauen wir uns aber mal schnell die drei Szenarien an. Die Standortsuche erfolgt im Forecast-Bereich. Da können wir hier oben draufklicken und können entweder unseren aktuellen Standort auswählen oder wir suchen nach einer Adresse. Und hier suchen wir wieder nach Moog und sehen jetzt hier, dass die Flugkonditionen zurzeit dort nicht so gut sind. Dann können wir auf Map wechseln. Wieder ein bisschen Reim zoomen. Und auch hier sehen wir zwar den Bereich vom Waldfreibad, aber auch hier wird er uns nicht angezeigt. Das zeigt uns grün an, obwohl wir hier nicht fliegen dürfen. Das gleiche Ergebnis wie bei AirMap bekommen wir auch in der Kontrollzone. Das heißt nur den Hinweis auf diese, aber ohne weitere Informationen. Und im Szenario 3 die 1 zu 1 Regel am Rhein wird uns als möglichen Flug angezeigt, obwohl wir nicht direkt dort fliegen können. Auch hier ist eine Einstellung der Höhe nicht möglich. Als Fazit können wir sagen, dass die App ein schönes Layout hat und die 24 Stunden Wettervorhersage ist auch praktisch. Allerdings ist die kostenlose Version nicht sehr umfangreich und auch die Pro-Version bietet meiner Meinung nach nicht sehr viel Mehrwert. Da das Kartenmaterial von AirMap kommt, werden nicht alle Zonen in Deutschland korrekt erkannt, ist aber für den Drohnenflug im Ausland durchaus zu gebrauchen. Wie lautet somit der Testsieger im großen Drohnen-App-Vergleich 2023? Den ersten Platz sichert sich die Drohnik-App. Sie ist nicht nur komplett kostenlos, sondern bietet auch die besten Funktionen an. Mit einem kostenlosen Account kann man seine eigene Einstellung und Drohne auswählen. Sie zeigt zuverlässig alle Zonen an und gibt uns detaillierte Infos über diese. Für den Einsatz in Deutschland ist sie somit die beste Wahl und darf in keinem Drohnenpilot-Smartphone fehlen. Platz 2 sichert sich die CopterProfi.de-App. Sie ist in der kostenlosen Version ebenfalls gut für den Einsatz in Deutschland zu gebrauchen. Die App ist super schnell zu bedienen, hat einen praktischen Dashboard und zeigt ebenfalls alle Zonen zuverlässig an. Wer in wenig Geld investieren möchte, bekommt mit der Premium-Version weitere interessante Funktionen. Auf Platz 3 kommt die AirMap for Drones. Auch wenn diese in Deutschland etwas eingeschränkt ist, ist sie für den Auslandseinsatz genau richtig. Wer also viel reist und immer die Drohne dabei hat, sollte die AirMap unbedingt installiert haben. Was ist eure Meinung und Erfahrung zu den Drohnen-Apps? Welche App benutzt ihr am liebsten? Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare und auch, ob ihr weitere dieser Videos sehen möchtet. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen.